Der Niederrhein, eine Region mit Zukunft. Zusammen mit der AXA Viersen, der Stadt Willig und dem VEU präsentieren MDCP und Niederrhein Manager die dritte Auflage von Manager Praxis Vertrieb. Wir befinden uns hier im Gründerzentrum im Gewerbepark Stahlberg-Becker und dort haben wir etwas über 800 Unternehmen mit über 8000 Arbeitsplätzen. Neue Impulse für Unternehmen aus der Region, um optimal in das Jahr 2015 starten zu können. Das war die Zielsetzung der beliebten Veranstaltungsreihe, die mit der markanten Frage eingeläutet wurde, wie bekomme ich die Kunden, die ich verdiene? Wir versprechen uns vor allem, dass wir hier Kontakte knüpfen können, präsent zu sein in der Region und wie gesagt mit dem einen oder anderen Firmenkunden zu verbinden, um gewisse Dinge eben halt gemeinsam zu gestalten, aber sicherlich auch vielleicht die ein oder andere Versicherung in der Perspektive als Dienstleister eben halt mit anzubieten. Das Netzwerken ist für mich eines der Hauptgründe der Veranstaltung. Man sieht es ja rund um mich rum, hier stehen noch jede Menge Menschen, die wahrscheinlich auch alle Hobbys und zu Hause haben, aber die das Netzwerken sehr hoch einstufen. Das würde schon reichen, wenn ich nur eine Handvoll Kunden, von denen wir heute Abend hier sind. Insofern ist es eine sehr interessante Sache. Das Highlight der Veranstaltung war mit Sicherheit der Auftritt des charismatischen Verkaufstrainers Frank Dunker. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal wurde Frank Dunker nicht müde, den anwesenden Unternehmern anhand lebhafter Geschichten und anschaulicher Beispiele den wirkungsvollen Umgang mit Kommunikation näher zu bringen. Herr Dunker ist wirklich ein Ass in seinem Bereich. Er hat da eine ganze Menge fundiertes Wissen rübergebracht und das mit Witz und Charme immer wieder hingekriegt, dass wirklich keiner im Publikum besprochen hat. Jawohl! Wir haben viel gelacht während des Vortrages. Es ist für mich immer ein Indikator dafür, dass die Stimmung gut ist, Stimme transportiert Stimmung, alles super. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein interessanter Ort, ein sehr lockerer und ein sehr interessanter Redner. Es war ein sehr kurzweiliger Abend. Der Vortrag war sehr, sehr gut gemacht. Gute, wertvolle Tipps, Dinge, die jeder weiß, kaum einer umsetzt oder im alltäglichen Leben umsetzen kann. Und ich erhoffe mir noch weitere, sehr gute Kontakte hier. Die Veranstaltung war super. Es war ein rundes Ereignis mit netten Leuten, einem sehr guten Vortragenden und einer tollen Atmosphäre. Das Thema Netzwerken ist sehr wichtig für mich, weil ich mein persönliches Netzwerk an so einem Abend einfach erweitern möchte. Was ich mir wünsche für die Zukunft wäre, dass solche Veranstaltungen wie hier, wie die heute stattgefunden haben, öfter stattfinden. Ich glaube, dass wir alle die gleichen Interessen haben. Ich denke, das ist nicht nur ein gelungener Abend, sondern ein zukunftsorientierter Abend. Ob neue Impulse oder interessante Kontakte, auch bei dieser Auflage von Manager Praxis hat jeder etwas für die Zukunft mitgenommen.